SWR 3. Die Tier-Docs. Was hat er drin? Mit Dr. Hart. Ein Arzt der Leidenschaft. Und Dr. Zart. Nicht so fest. So, was haben wir dann? Ich weiß es nicht genau. Ich würde sagen, es ist ein orangefarbenes Kamel. Orangefarbenes Kamel? Ja, es ist mir heute morgen zugelaufen und verfolgt mich geradezu. Aha, und was macht es dann? Es macht alles kaputt. Es ist wirklich sehr unsensibel. Aha, hör mal her, du Hickabern. Machen wir laut. Machen wir laut. Machen wir leise. Melania. Wie wärs mal mit Fleischknepp? Entschuldigung, wieso muss das Kamel denn immer gleich Fleischknepp kriegen? Wie wärs denn mal mit einem Stückchen Brot? Brot gibt's nicht. Warum? Warum Kamel? Melania. Kann es sein, dass es sie mit jemandem verwechselt? Ja, aber mit wem? Also für mich klingt das Gemö wie Melania. Melania. Melania, das ist es. Sie haben hier ein Trampeltier. Ein Trampeltier? Ah ja, stimmt. Das Trampeltier. Stammt ursprünglich auch aus dem Palz. Ist jetzt aber eine invasive Art in Amerika. Aha. I'm a genius. I'm so rich. Das ist schön. Da kannst du auch in deiner Landeswährung zahlen. Hä? Ja. Ja Ulla, desto dolla. Bald wieder. Was hat er drin? Haha.